hallo ihr süßen und willkommen zurück zu destiny wir haben auf dem mars momentan drei missionen zur auswahl also gar nicht mal so unschlecht ich denke mal das ist jetzt hier die hauptmission sieht anders aus aber das ist eine level 18 und da ich ja eins nach dem anderen machen möchte werde ich eine von den beiden jetzt machen gibt es einmal ep-bonus ep-bonus da nimmt sich gar nicht so viel naja was soll ich machen in die minu und raus bist du ich nehme mal die steigende flut ja mal gucken wann kommt die flut wann kommt die flut wann kommt die flut wann kommt die flut in ein anderes neues leben lalala die wechs übernehmen die oberfläche um den schwarzen garten zu schützen bald könnte der mars schlimmer aussehen als die venus wir müssen herausfinden woher sie kommen okay jetzt muss ich mich wieder um die wechs kümmern so wenigstens eine kleine abwechslung muss ich ja sagen die dicken die waren schon ein bisschen anstrengend was heißt anstrengend es ging jetzt war ich fand die kleinen flug sie auf der venus angeblich ist einer hier in der nähe wenn es sich jetzt hier um wechs handelt dann kann ich doch hier die eine mission und das möglich ist ein teleporten zirka um zu zupfen hier aus wechs wenn wir jetzt wechs dinge haben kann ich das mal nehmen was wollte ich sagen ich fand diese kleinen 350 kilo wechs wechs wollte ich sagen kabale ekehafter als den endgegner erstmal jeden stein mitnehmen warum auch nicht wer zieht hier freiwillig hin ganz ehrlich gibt's nichts außer roten sand woher die wechs kommen musst du sie erledigen sonst wird der mars früher oder später zu einer ihrer maschinen ja ob man nur die wechs hat oder die kabale oder keine ahnung ist das nicht alles dasselbe scheiße sollte man vielleicht absteigen warum was ist das da ok böse was ist das da ist da ist in irgendein kommt flugs so wie es ist noch weg ich bin nicht allein ich bin nicht allein mama wir sind zu zweit nein wir sind sogar zu dritt oh ja macht ihr dies oder mache ich das okay okay ich bin nicht allein okay die kennen die mission schon oder jetzt muss ich doch alleine einsetzen guten tag er gehört zu einer noch größeren woge unter der begrabenen stadt oh ich tanz dich an baby okay gibt's hier irgendwas hm ich komm dir hinterher kannst du nichts machen ich bin ekelhaft stalkerisch oh man sollte vielleicht auch mal die ordentlichen wege nehmen ähm Fräulein oh ja oh ja das hat jetzt keiner gesehen das ist so gewollt gewesen ja das ist ein geheimer Stunt gewesen der Drift wo sind sie denn hin du warst schon das bin doch nicht allein naja ich war für paar Sekunden nicht allein Funnel himmel 还是 jetzt den j usar was sind das ihr für ne scheiß die begrabene... so siehts ja auch aus uiIS Ist hier irgendwas über mir? Ah, wir sollten mal absteigen. Hallo, guten Tag. Terminator. Was bist du? War so ein komischer Flug. Oh ja. Warum müsst ihr immer euch anschleichen? Ist das so eine Taktik von euch, Robotern? Und nach dem Motto, ich kann es. Wieso ist der ein Moon? Wieso ist der ein Moon? Ich bin verarschend. Ganz wenig Schaden. Okay. Ich folge ihm mal. Psst, das bemerkt er nicht. Verratet ihm bloß nichts. Okay, jetzt folgt er mir. So unangenehm. Oh Gott, ist das dunkle hier. Du hast doch mal ein kleines, süßes. Der ist von mir verschwunden. Was soll denn das? Es könnte hier drin gleich dunkel werden. Es ist dunkel. Was für ne roten Augen? Guten Tag. Ja. Es ist doch schön. In vollkommener Dunkelheit. Zu fighten. Zu fighten. Warum auch nicht? Das macht das Ganze etwas prickelnder. Hä? Ah. Oh Gott. Rufi lachen. Rufi lachen. Aha. Äh. Äh. Ähm. Da sind so viele. Die wollen mir an die Wäsche. Erstmal von der Seite weg. Und die haben mich ganz doll getroffen. Oh Gott. Hallo? Bist du das? Ja. Das ist definitiv der Böse. Erstmal die Kleine weg. Immer erst die kleinen. Die herfigen Vieches. Irgendwas trifft mich ja hart. Da hinten. Das war scheiße geworden. Oder? Nee, doch nicht. Hä? Guck mal hier. Meine super duper Waffe. Ja. Du triffst mich nicht. Du triffst mich einfach nicht. Ich hab gar keine Lebensanzeige von dem Viech. Was ist denn das? Ähm. Nee, der wird's gar. Ich kenn die Lebensanzeige. Ich geh nur hier so. Hier so schleichermäßig. Vorbei? Aber. Ach doch, da ist die Lebensanzeige. Oh, jetzt hab ich dafür auch keine Muni. Das wär doch einfach. So einfach. Ach. Achso, ich hab den Raketenwerfer wieder ausgerüstet, weil der mehr Schaden macht als mein Maschinengewehr momentan. Und jetzt ist er weg. Okay. Ich hab aber keine Muni mehr. Ähm. Jo. Das, äh, vereinfacht die Sache nicht unbedingt. Hm. Die Wechs scheinen unter jedem Planeten schlafende Netzwerke zu haben. Mhm. Die sie jederzeit erwecken können. Okay. Die Wechsquelle. Da kommen noch wieder welche. Das könnte jetzt ein wenig blöd werden. Oh, scheiße. Hab ich Muni aufgenommen? Woher bitte? Oh Gott. Oh Gott. Ich hatte die Server hier. Ja. Die Hoppien sind doch nicht so... Schmer. Diese Hobby Goblins da, ey. Im Hintergrund, die sind ätzend. Nee. Na, erstmal den hier wegmachen. Kommen wir hier zur Mama. Ohoho. Die haben wir weggewumst. Und dieses... Ich hab mich schuldschild. Ich hab immer noch ein schuldschild. Haben die da eine Granate geworfen? Echt jetzt? Der ist weg. Oh. Sag mal, lassen die auch nochmal Muni-Linie oder so? Anscheinend nicht. Was müssen wir da? Machen wir. Oh, das war gut. Okay, ich mag die Granate doch. Man muss nur treffen. Man muss nur treffen. Goal. Ach, äh. Sag mir jetzt nicht, die haben... Ach Gott. Deswegen kommen wir mal... Das meint der mit vernichten. Oh, einer erreicht. Geil. Ach, da hinten ist noch einer. Hey. Ich komm mal langsam hier ran. Das war doof. Oh, die hab ich gut getroffen. So, warte mal. Will ich nicht so gut getroffen. Jetzt werfen die gerade eine Granate. Superbe. Superbe. Ihr mögt Granaten, hä? Okay, das weg. Da vorne noch mehr Tore. Da vorne noch mehr Tore. Wie noch mehr Tore? Alte. Oh, 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 oh. Muni, 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 Muni. Geil. So. Noch mehr Tore. Oh, noch nicht. Ha. Eiskalt. Gesmasht. Wo sind die Tore? Dass ich hier noch eins übersehe. Da hinten. Hüte sich ihm gerade anbiegen. Zug. Oh, oh, oh. Sein Shotshit hier. Oh, das kann ja Jahre dauern. Oder mal. Oh, ich wollte jetzt irgendeine Raketenwerfer nehmen, aber die waren ja schon dran bei mir. Mal, was ist die beste Taktik? Ah. Oh, da ist Muni. Ja, lad mal erst mal nach, du. So. Ich glaube, ich habe... Oh, Gott. Oh. Hallo. Ho, 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 ho. Gibt ihr. Ich bin so sauer. Ah, Teleportations- Otto. Setteln. Alter Schwede. Ich bin erschrocken. Das sollte sie aufhalten. Gott. Okay. Tarsus. Der Kölnflux ist noch aktiv. Ich sehe mir das an. Ja, dann seh dir das mal an. Wenn ich dich hier irgendwo randocken könnte, würde ich es machen doch jetzt. Kommt jetzt der Nächste entgegne. Ich gehe mal wieder in meine Ecke. Das ist gar keine Invasion. Sie kehren zurück nach Hause. Hä? Irgendetwas ruft sie zurück in den schwarzen Garten. Hier kommen sie jedenfalls nicht mehr durch. Aber sie finden sicher einen anderen Weg. Wir müssen sie aufhalten. Okay, die wollen alle in den schwarzen Garten. Wir wollen alle in den schwarzen Garten. Blümchen anpflanzen. Hier ist absolut nothing. Nothing. Ja. Verbleibende Sekunden 6. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt... Hurra! Susi macht alles nieder. Das war ja mal wieder übertrieben. 80 geht's. 7 präziser. Okay. So, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.